Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir Ihnen einen Tipp, wie Sie die kommenden Festtagseinkäufe glänzend über die Runde bringen können. Informieren Sie sich daheim doch einfach in aller Ruhe in dieser GOB Festtagszeitung, die Sie an Ihrem Briefkasten vorgefunden haben. Hier drin hat es ganz viele verschiedene Menuvorschläge und 300 günstige Festtagsangebote. Und zwar vom Apero bis zum Dessert. Hier haben wir Ihnen einen Tipp, wie Sie abwechslungsreiche Festmenü auf den Tisch zaubern können, ohne dass Sie lange in der Küche stehen müssen. Probieren Sie doch mal die feinen Quick-Fleisch-Spezialitäten von GOB. Zum Beispiel Quick-Schäufchen. Sie sind fix fertig im eigenen Saft gekocht und darum zu Hause dann auch sehr schnell angerichtet. Nach 5 Viertelstunden im heissen Wasser nehmen wir das Quick-Schäufchen aus der Frischhaltepackung und schneiden sie in schöne saftige Tranchen. Das geht sehr leicht, denn Quick-Schäufchen von GOB sind ohne Bein. Die Quick-Fleisch-Spezialitäten gibt es bei GOB in einer grossen Auswahl. Und denken Sie daran, sie sind in Preis und in Qualität eine exklusive GOB-Leistung. Jetzt haben wir noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für alle Kaffee-Kenner. Café du Connoisseur – der neue Kaffee bei GOB für den höchsten Kaffee-Genuss. Die wunderschöne Kaffeepflanze ist das Qualitätszeichen aus der Natur. Die Spitzenqualität des Café du Connoisseur beginnt bei der sorgfältigen Auswahl der besten Kaffeesorten. Das gibt dann auch die hocharomatisch kräftig grösstete Mischung des Café du Connoisseurs. Wie gesagt, eine kleine Weihnachtsüberraschung von GOB. Und zum herzhaften Aschen hat GOB eine grosse Auswahl an Qualitätspraliné zu günstigen Preisen. Probieren Sie doch einmal die zart-schmelzende Praliné-Mischung Arnie Selection. Oder die Arnie Verlady – eine exklusive Überraschung. Und die Arnie Praliné Truff sind nach einem traditionellen Rezept hergestellt. Sie sehen, die Konfiseur von Arnie, die verstehen ihr Handwerk. Aber jetzt Achtung, ich habe hier noch einen aktuellen Geschenktipp. Die GOB Geschenkgutsche im Wert von 10, 20, 50 und 100 Franken. Die Geschenkgutsche bei GOB sind ganz sicher ein sehr sinnvolles Geschenk. Denn in der riesigen Auswahl bei GOB findet ganz sicher jeder etwas, das er sich schon lange gewünscht hat. Die GOB Geschenkgutsche können Sie bei allen GOB Verkaufstellen über und Sie können es auch dort wieder einlösen. Ein Geschenk in letzter Minute. Und ein anderes Glatzgeschenk ist sicher dieser Taschenrechner. Der Taschenrechner TI30 LCD von der weltbekannten Qualitätsmarke Texas Instruments. Der ideale Rechner für alle Schulstufen. Für technische und kaufmännische Berufe. Und natürlich nicht zuletzt auch für den täglichen Hausgebrauch mit 51 Funktionen. Die LCD-Anzeige ist besonders gut lesbar, weil sie schräg gestellt ist. Und Constant Memory, das heisst, dass Daten auch nach dem Abschalten noch gespeichert bleiben. Dieser Texas Allzweckrechner TI30 LCD gibt es jetzt mit zwei Langzeitbatterien, die fünf Jahre halten, zu einem Preis, der für diese Qualität einmalig ist. Und zwar in allen GOB Center und GOB Warenhäusern. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Und noch schöne Festtage. Bis am nächsten Ziehstück gibt es mit GOB. Bis am nächsten Ziehstück gibt es mit GOB.